wii huu fluffel schwul hey leute und herzlich willkommen zur zweiten ausgabe von top 5 gim designs of the week oder diese woche eher gesagt ein top 10 gim designs of the week und ja bevor das bevor ich jetzt mit dem format anfange möchte ich noch schnell sagen dass ich mich jetzt entschieden habe wegen dem video der letzten woche da habe ich einiges angesprochen wenn ihr nicht wisst worum das ging schaut euch das bitte noch an ich habe mich entschlossen ich bleibe bei gim designs weil erstens photoshop designer das gibt es so viele die schon sowas machen für photoshop atmo und wie sie alle heißen zudem wäre das ja dann auch nichts mehr besonderes und ja dann würde ich sagen schießen wir auch mal los auf dem zehnten platz haben wir monkey graphics mit einem banner für fabi ein typ der resource packs macht so wie ich sehe und ja im letzten video habe ich fälschlicherweise gesagt dass er mit photoshop designt er designt zwar mittlerweile mit photoshop aber dieser banner den er hier eingesetzt hat hat er noch mit gim gemacht also er hat früher auch mit gim gearbeitet und ist wohl jetzt im letzten auf photoshop umgestiegen und hat allerdings auch nur noch photoshop speeders auf seinem kanal deswegen kam der fälschliche eindruck dass er photoshop designer ist und damit beim format nicht teilnehmen könnte soll dazu ich finde den banner eigentlich ziemlich fresh dafür dass er ziemlich clean gehalten ist man hat einen etwas weich gezeichneten hintergrund die skin renders die sind die extrudelt ja die sogar extrudelt sind und ja an dem banner gefällt mir vor allem die idee mit dem text er ist zwar simpel gehalten aber ich finde dennoch nice mit diesen 3d buchstaben und diesen smaragderz blöcken im hintergrund und unten drunter einfach so eine simple schrift einfach da steht wie sospec creator ich mag den style irgendwie und ich habe gegen den banner eigentlich ehrlich gesagt noch nicht mal großartig was auszusetzen also ich finde den ziemlich fresh für seinen style auf dem neunten platz haben wir ein banner für surprise artworks ein minecraft banner von dem lieben johops aka diaplex und ja also was mir an dem banner halt gefällt zum beispiel ist halt das schwert und ich finde auch das lightning am skin eigentlich ziemlich nice die schrift geht eigentlich auch dass da unten das artworks ist und irgend so einer komischen font was eigentlich auch ziemlich fresh aussieht äh und ich finde es auch nice dass hinter dem surprise noch so ne so ne ach keine ahnung so ein effekt halt ist wenn ihr seht was ich mein was mir an dem banner halt nicht so gefällt ist der hintergrund weil das wäre wirklich viel zu dunkel also ja das ist halt das muss mich an dem banner ein bisschen genervt hat ansonsten neunter platz auf dem achten platz haben wir ein bad wars thumbnail von next fuß was ja diesen banner mag ist auf jeden fall zum beispiel diese flamme an dem bogen also an dem pfeil er gesagt sieht ziemlich nice aus was ich auch mag also was man auf jeden fall auch sieht das geht es auf jeden fall auch extruded und das sieht sogar ziemlich nice aus mit den haaren und so bei dem d zum beispiel auch hier noch die haare und überall also nice extruded auf jeden fall die idee mit diesem glow oder was weiß ich was das für ein effekt ist ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll bei dem text ich sehe ich denke jetzt zum beispiel bei b vom bad wars ganz gut dass da so davor noch so vorsticht so eine art ja glow und das sieht auch ziemlich nice aus der text ja geht eigentlich auch ganz klar und er hat auch irgendwie doch so ein ihr seht so ein effekt auf den ganzen fangen der angewendet das ist überall so ein bisschen keine ahnung so ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll also ich denke mal vielleicht wisst ihr was ich mal viel war doch so ein effekt angewendet der auch nice aussieht und ja auf dem siebten platz haben wir max artworks mit einem minecraft banner und ja ich finde es ist sein bestes entry bisher und glaube ich auch mit das beste design was ich bisher gesehen habe also meine meinung jetzt und ja ich finde den banner richtig nice eigentlich also ich mag diesen effekt er hat hier ist wieder so ein ähnlicher effekt drauf wie bei fru ist auf dem banner wenn man beim skin das so sieht und ja ich finde das mit bei dem schwert übelst geil ich weiß jetzt war nicht genau das darstellen soll irgendwie so keine ahnung ist das moment mal sieht aus wie eine fackel ach so ja jetzt habe ich es ist eine fackel wäre ziemlich fresh und ja er hat auch extruded am schwert fehlt mir die extrusion zwar aber das ist jetzt nicht so schlimm der text ist eigentlich auch nice den hintergrund ja ist auch okay also geht auch klar also ich finde nicer banner auf jeden fall den sechsten platz belegt heute jendrik l auch mit einem banner aber auch letzte woche schon dabei und ja also was mir an dem banner hier gefällt ist unter anderem ja er hat halt alles halt so ein bisschen so verzerrt und so ein bisschen leicht glitsch mäßig gemacht also jetzt nicht glitsch hier mit rot diesen rot grün oder blau was weiß ich was effekt sondern halt einfach so ein bisschen ja keine ahnung wie ich das nennen soll ja ich finde banner eigentlich vom style ziemlich fresh und ja endlich kann ich wieder die gescheiten counter nutzen auf dem fünften platz haben wir heute pricksum er war auch beim letzten mal schon dabei auch wieder mit so einem wallpaper auch wieder halb real life halt minecraft und ja ich sag zu dem wallpaper heute nichts großartig weiter weil ich eigentlich hier nicht groß mehr sagen kann wie beim letzten mal und ja deswegen würde ich sagen gehen wir direkt zum vierten platz auf dem vierten platz haben wir ein wallpaper von pace minecraft ja ich mag diesen wallpaper style und vor allem ich mag die render und die render effekte die effekte die wie er den editiert hat ziemlich fresh richtig neues ich kann da einfach nichts groß weiter zu sagen einfach richtig neues den dritten platz belegt heute sieg mit einem anime banner und ja er gefällt mir halt also ich kann da jetzt gar nicht so viel sagen man sieht auf dem text halt wie er paar glitsch effekte angewendet hat und ja im hintergrund hat der charakter kiritu von 2 dort online in dem fall und ja der hintergrund halt ist auch nice ja ich mag den einfach auf dem zweiten platz haben wir surprise artworks mit einem anime banner und ja an dem banner gefällt mir richtig gut zum beispiel die schrift er hat auch viele glitsch effekte angewendet sieht man auch auf dem charakter und so gut gefällt auch der hintergrund und ja ich finde auch ziemlich ja diese farbkombination gefällt mir auch ziemlich und ja den ersten platz belegt diese woche next rebex mit einem minecraft banner für shadow und ja ich mag echt diese render effekte und ja ich habe davor auch noch nie was von einem next rebex gehört also ich muss sagen next rebex bester designer auf jeden fall und ja nein spaß beiseite auf dem ersten platz haben wir diese woche mal wieder den guten wakru dzn ja er war auch beim letzten mal schon der erste platz und er hat sich auch diesmal wieder den ersten gegönnt und ja ich feiere diesen banner einfach es scheint sogar ein template sein oder so was er hier vor hat oder heißt er einfach nur your name keine ahnung da heißt your name ok fail trotzdem mir gefällt der banner richtig nice ich mag einfach ja die renders den text hintergrund ich feiere den banner einfach ich mag den übelst und ja das war es dann auch für diese woche mit top 5 gibt es als auf dem weg oder wie gesagt er top 10 in diesem fall und ja nächste woche gibt es natürlich wieder ein normales top 5 ich habe mich diese woche für einen top 10 entschlossen so als kleine entschädigung dafür dass letzte woche kein normales top 5 gibt es als oft öfter wie kam sondern nur dieses hässliche info video oder keine ahnung wie ich das nennen soll und ja dafür gab es diese woche ein top 10 schickt mir auch wieder für die nächste woche eure entwies ein und ja dann haut rein leute und ciao